Was? Hört ihr das Nuka-Cola-Familienradio an? Hä? Was wollen die von mir? Der Nuka-Express ist über das Nuka-World-Transit-Zentrum erreichbar. Das Parken ist gebührenpflichtig. Preisänderung zum Ende der Saison vorbehalten. Nuka-World, Nuka-Express und die Nuka-Charaktere sind eingetragene Marken der Nuka-Cola-Corporation. Begeblich zum Nuka-World-Transit-Zentrum. Ach, Nuka-World! Ach, das ist eine von den DLCs, ne? Das Nuka-World. Ja, das brauche ich nicht mehr. Das haben wir ja jetzt, die Quest. So, das haben wir fertig. Jetzt machen wir noch den da oben. Irgendwo? Wo war er denn? Wo war... Hallo? Was ist das denn? Ach, sprich mit Preston. Ne, ich will das andere. Hä? Was ist denn hier? Ich hatte doch noch ein anderes eingetrag... Ah, da ist es doch. Da ist es doch. Ei, 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 ei. Batz, die Tür ist zu. Ich kann nicht verstehen, wie man die Türklinke nicht in die Hand nehmen könnte oder einfach papp. Ich verstehe es nicht. Hallo? Na, was geht? Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Ja, dann sag mal. Sag mir einfach, was du brauchst. Wir haben ein Nest mit richtig fiesen Käfern hier um die Ecke. Wenn nicht bald jemand das Nest säubert, werden wir ein mächtiges Problem haben. Der Ort würde sich eigentlich sehr gut für eine neue Siedlung eignen. Ich kenne einige Leute, die sich dort sofort niederlassen würden, wenn es sicher wäre. Wenn du dafür sorgst, dass die alte Werkstatt dort intakt bleibt, hilft das beim Wiederaufbau. Mal sehen, was ich tun kann. Oh, danke. Wir wussten wirklich nicht weiter. Teffington, sicher die Werkstatt... Ja, und das ist wo? Moment. Teffington-Boothaus. Und wo bin ich gerade? Wo bin ich denn? Ich finde mich gerade selber nicht. Ach, hier. Ja, es ist am Arsch der Welt. Ähm... Doch, hier lang muss ich. Genau. Da, wo die zwei sind. Ach, du schon wieder. Was willst du denn immer von mir? Sag mal. Also gut, lieber Kotzi. Wir machen uns auf den Weg. War das jetzt ein Gewitter oder ist hier wieder irgendwo eine Schießerei? Lass mal speichern. Ach, ich glaube, das ist tatsächlich ein Gewitter. Richtig fiese Käfer. Freut euch doch über die Käfer. Kehlt doch selber die Käfer, dann habt ihr auch wieder Fleisch. Nö? Oh, Alter, was hat das denn gerade geruckelt? Habe ich, habe ich das schon hier? Sendeturm. Ja, ich war hier offenbar schon. Oder auch nicht. Ach, guck, da vorne. Ach! Ja, schön, dass er nicht trifft. Ja, gell? Ich bin ein sehr harter Bursche. Da guckst du, warte. Da ist er nackig. Ausgezogen auf 10 Meter Entfernung. Warum sind hier überall die Radios an? Lass doch mal die Radios aus, Leute. Hier ist immer noch irgendwo eins. Wie viele Radios stehen hier denn? Sama! Nee, nee, nee. Kann ich das irgendwie irgendwo aktivieren? Ah! Sendeturm. Aktiviere den Satelliten. Ich hoffe, da kommt jetzt keine Todeskrall und schlägt mich kaputt. Getrennte Familie, Standardfunksignal. Ja, okay. Oh, ein Dingens. Ein Panzer. Guck mal. Oh, ich glaube, ich war hier schon mal. Hä? Oh. Kotzi? Dankeschön. Wua! Ai, ai, ai. Und ihr Lieblingsdruck, wenn du diese Nachricht hörst, sind die Jungs und mich zu Hause in Bucke in Sicherheit. Ich hoffe, bei dir ist alles okay. Ich würde alles geben, um jetzt bei dir zu sein. Aber die Leute hier bauen auf mich. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Die Jungs lassen dich grüßen. Und die alte Missen Scheppel auch. Ich liebe dich zu sehen. Bitte, komm nach Hause. Das ist eine Aufzeichnung. Die Nachricht wird in 30 Sekunden. Ja. Ach, da bist du. Na komm, schlag ihn kaputt. Super. Sieht aus wie so ein kleines Dörfchen hier, ne? Komme ich hier durch? Nö. Wo ist denn hier der Eingang? Was? Nach Grobian? Was? Nach Grobian? Ja, genau. Du fliegst natürlich quer durch das Ding. Nein, lass das. Oh. Danke. Oh, da hängt schon wieder so leckeres Fleisch. Warum lässt er das immer liegen? Nimm das Zeug doch mit. Ach, da drüben sind die Fässer. Ah, Gutshof West Everett. Ein Gutshof voller Supermutanten. Ja, so schnell kann's gehen. Das wär's. Au. Au, 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 au. Wo ist denn Kotzi schon wieder abgeblieben? Der lässt mich hier mal wieder komplett im Stich. Was war das gerade? Ein schönes, rosa farbenes Kleid. Perfekt für Low geeignet. Oh. Oh. Uh. Äh. Das war's für heute. Oh, guck mal. Das ist unsere Bude. Schau mal, das ist unsere Bude hier. Ah, Alter. Alter Kutsi. Das ist eins zu eins unsere Bude. Wir sind wieder zu Hause. Nur am anderen Ende der Welt irgendwo. Ja, aber sowas von. Ja, dankeschön. Geh weg. Das weißt du doch eigentlich schon seit einer ganzen Weile, dass ich hier unter die Messies gegangen bin. Oh, da hat es sich jemand einfach gemacht. Seife? Kann ich nicht mitnehmen? Jemand da? Oh, das hast du gut gemacht, ey. Dämlicher Köter. Hä? Wo ist der Hund denn abgeblieben? Ach, da. Guck mal, ein Flamingo. Ja, das war mir klar, dass der wieder mutiert. Drecksie. Ich will auch mutieren. Das war daneben, Junge. Höh! Alter, wo denn? Hallo, jetzt geh doch mal da hoch. Ach, da hinten. Ach so. Hallo, geh mal bitte runter. Das war's schon. So, fertig. Ach, ich finde das furchtbar, wenn irgendwo am Arsch der Welt jemand mit einem Raketenwerfer steht. Und ich den Depp noch nicht mal sehe. Ach, ernsthaft, da ist noch einer. So, darf ich jetzt? Oh. Das nehme ich natürlich mit. So, hier hatten wir einen legendären. Da hatten wir den. Und da ist immer noch einer. Da hinten sind... Ach, das sind Hunde. Hä? Ich würde gerne schießen, aber irgendwie diese Spitzen, weißt du? Oh, hier haben wir irgendwo Rat. Äh, 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 ach, da hinten ist eine, da hinten ist so... Ja, genau, stell dich mir wieder in den Weg, dass ich da sterbe. Warum nicht? Bin ja nur ich, weißt du? Du kommst ja dann auch super alleine ohne mich, klar, gell, Kotzi? Find das Spiel, aber da muss man einfach zugreifen. Ja, definitiv. Alles, was nicht schniet- und nagelfest ist, wird mitgenommen und verwertet. Oh, ich habe ein Ding gefunden. Ein Holoband. So. Schöne Füße, guck mal. Da haben wir auch noch eine Menge. Ich werde alles mitgenommen. So. 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 Wunderschöne Tiere. Wunderschöne Tiere. Guck mal, das wird schon gegrillt. Extra für uns. Die haben schon genau gewusst, dass wir kommen. Ein rotes Kleid. Klee-Wand, das darf man nicht übersehen. Schick. Schick. Ha. Sehr schön. Cool. Da hinten waren wir, jawohl. Da waren wir auch. Ja. Und meine Nase juckt. Ah. Ganz böse. Ii. So, hier haben wir auch alles. Ach, guck, da haben wir noch eine Torse. Ach, da muss man mal durchblicken, wo man überall schon war. Ach, ich glaube, hier war ich schon drinne. Mal gucken, ob ich in dem Häuslein da schon drinne war. Offensichtlich nicht. Aus dem Weg. Eine ganz tolle modische Brille. Ach, das war das zu Beginn. So, ich glaube, wir könnten hier durch sein. Oh, wobei, hier liegt noch jemand. Da haben wir noch was. Und schon wieder ist ja eine ganze Menge Fleisch. Ach so, das ist eine Kochstation. Boah, kotze ich schon wieder, ne? Ach, das ist so eine Art Grillstation. Und es ist toll, dass ich da oben draufstehen kann, ohne mir weh zu tun. Oh! Oh, wie schön. Ja, das ist tatsächlich sehr schön. Ein Knüchlein. Ah, hier war ich schon drin. Da stand die Waschmaschine davor. Hier war ich auch schon, dann war ich hier auch schon. Den da habe ich auch schon durchsucht. So, hier gibt es offenbar nichts. Da waren wir schon. Okay, ich denke. Ich denke, das war es. Hier waren wir auch. Jo, ich denke, das war es. Wir können weiter. Hi, Kotzi. Wie komme ich hier durch? Natürlich nicht. So. Flupp. So. Oh, klasse. Mh, hab ich denn... Gott. So. Äh, wenn ich das schon höre, ne? Wenn ich diese Viecher schon höre, ey. Äh, pfui. Äh, weg da. Weg mit euch. Weg mit euch. Ach, Kübel, so. Guck mal. Nom, nom. Noch mehr. Äh, guck mal, das ist schon richtig verwest. Oder so halber. Ach, ich höre schon wieder ein Radio, Alter. Ach, die sind da oben. La, die da, die da. Oh, wo ist dieses bescheuerte Radio? Da ist es. So, nix dann schafft. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ich kriege das nicht mal raus, weil das in der Wand drin gepackt. Äh, diese widerlichen, widerlichen Viecher. So, wir müssten aber jetzt eigentlich alles gesäubert haben. Juhu. Sehr gut. Ich berichte den Siedlern. Ich setze hier aber erstmal einen Rekrutierungsstrahl hin. Äh, vorausgesetzt, ich kann mir den leisten. Äh, Moment. Wo war das hier? Jo, kann ich. Habe ich noch Zeug für ein bisschen Wasser? Jo, sehr schön. Sehr gut. Äh, ein bisschen Essen. So, das haben wir schon. Jetzt wieder zurück. Irgendwo da unten. Hier. So. luôn. So.